Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Bögenfelze. Ich habe den ersten Anhänger voll hier mit Tiften. Warte ich mal interess machen. Genau, dich hier wollte ich nämlich noch mal los schicken. Und dann zusammenklappt den Stuhl. Hier ist doch die Hose hier. Ich habe den Zugang zählen, dass es so schön klar ist. Da komme ich auch. So. So. Ich habe bloß. Warte ich muss hier ansetzen. Läuft. Und. Bist du weiter. Ich dachte mal doch vielleicht was in der Zeit ruhig hier. Den Spaß schon mal als Silo kippen. Boah schlicht mich. Ich glaube so nicht. Aber die Hose ist nicht. Das ist wirklich ja da. Ich werde wirklich krank. Dann löschen mich nicht. Ja. Ich kann doch nicht. Da hier läuft mir gerade mal die Läuft. Soooo Ich darf schon mal die Wäschung spalten Aaaaaaah Ich vergesse immer wieder, dass hier ein Pfeil im Gemüse ist Irgendwann besetzt ich dort noch hin Das ging sehr Kann es ja nie sein Oh, das kann mir doch nicht gefällt Ab Clipseid ist Klammeln Ich hoffe es Ich hab schon mal Ab Clipseid gewählt Egal Kartoffeln Ab Clipseid ist Klammeln Egal Kartoffeln Egal Kartoffeln Und Egal 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 Kartoffeln getroffen Egal 200.000 Litern Aaaaaah Hm Oh Einhänger Nie ausgewählt Kann ich lange gucken Wo ich ablassen kann Wer die Frontanbaugeräte auswählt Kann ich schon lange gucken Egal Woher Ich habe noch scheinbar zu rum Und Der 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 Um hier um es mir festzuhängen, na guck mal, ich schau mal guck, ich muss ganz ehrlich sagen ich bin froh, dass die neue Grafikkarte, die ich jetzt eingebaut habe, oder das neue System, was jetzt flüssig läuft, wohl dass man der PC-Bagaufnahme abschmiert, wie es vorher war. Mit der besseren Grafikkarte, dass ich jetzt auch die Map-Water spielen kann, hätte ich aber echt schade gefunden und viel wechseln müsste, weil ich ja immer wieder FPS-Drops vom feinsten drin hätte. So, da bist du doch schon wieder. Ich habe jetzt endlich mal die Kurve, habe ich gesehen. Und gut, gut. 5% hast du drin? 50% Na ja. So, da soll ich erst mal stehen. Vielleicht muss ich mal ein anderes gucken, wenn ich das Ding hier wenigstens drin habe. Und drin? So, da soll ich mal das Vorderband nicht drinne? Mal gucken. So, da soll ich auch morgen gucken. EFG... Klammer hier. Ja. Mhm. Ich fahre nicht mit drin. Ach man, nur vergessen. Ich fahre nicht mit drin. Setz ein Schorgen, ich muss doch keinen blöden. Ich bin schon mal, ich bin schon mal gelitten. Ich bin schon mal, ich bin schon mal geliefert. Untertitelung des ZDF, 2020 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 und hier also muss gepflügt werden und hier kommt es nicht aber merkt sich der Text, weil muss gepflügt werden ok da sind wir jetzt endlich mal souverän alleine so wie es aussieht hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Spazier, welche können wir abtrinken können Oh, schon mal in meinem Korn Ich habe hier genug Platz, habe hier auf der Abbahn Oh, ich habe hier noch mehr Platz Ach, Spazier, einen vollen Korn-Tank, bin ja schon da Und hier Kollege Schnür und Schuh loslegen kann und so weit ist Mal gucken mal kurz, wie es überhaupt auf dem Hof alles in Sachen Gehen wir hier rein, wieder besuchen, zack Nächsten Ah, ja, schon zwei Feuerballetten Wir können uns dann bei Gelegenheit weitermachen Wir müssen morgen wieder neu füllen Neu sauber machen Jetzt haben wir die Eierart raus So, über eine Kiste meine ich auf den Kisten Ok Das ist aber noch am Basteln 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 Mit der Kuchen nicht so Das ist aber wirklich eine Spitzform Das ist aber noch am Basteln 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 Wie kann es die Eierart zu machen? Das ist aber noch am Sie der Körner Der Körner ist das, wie sich das und ihr muss das Körner Das war so, ich wüsste Ich hab's fast gesagt, aber ich hab's immer noch die Bombe gekriegt 10% noch Es ist wenig groß von wegen dem Ungrat Wer mich hinterher beschäftigt, ist nicht alles andere Wir kommen auch aus dem Spaß Extra zu gerastet vor dem nächsten Feuer Ich habe mal gucken, was du wüsste jetzt vorher voll so erste Ladung haben wir daraus Geschwindig so 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 So, lassen wir da noch ein bisschen kreiseln und üben und tun und machen. Der Fähr ist halt auch bloß hinter sich. Jetzt kommen wir noch mit dem Spruch, du bist blockiert, dann haue ich dir die Löffel vom Stamm. Sehr gerne. Die Dauern krass rein. Nun, wenn man so macht, dann macht er das Sinn. Aber naja. Aber nix machen müssen wir gucken ziehen. Ich habe jetzt nichts anderes wie die Tüften, das soll ich nicht mehr was anderes machen. Tüften macht auch die Farbe leider nichts anderes, was ich ernten kann. Brüten, das ist noch nicht reif, das ist noch alles in grün. Habe den auch runter gehäckselt. Momentan ganz schlecht. Mit anderer Arbeit. Aber ich sehe gerade, wir sind schon nahe dem Folgenende. Ich lasse zum Schluss kommen, lasse das Ding noch mal voll machen, noch einmal weg fahren, dass der bisschen was macht, sind off. Komme ich jetzt zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen, lasst ein Dämpfen da. Ich bin raus. Ciao, ciao.